Wir sind direkt mit dem Fahrrad, wo wir noch einmal kennen, von den Strebenkammeln, aus dem Heckschein befasst, also aus der Kuppel sozusagen heraus, ist echt ein krasses Slide. Wir haben den Rekord für mich gefahren, aber das Ziel ist wirklich damit, 480 km fahren, schnell zu fahren. Und an der Stelle möchte ich natürlich das Testfahrt anbieten, falls hier noch jemanden suchen. Und liebe Freunde von Königsen, ich bin ready, ich würde mein Liebeswein geben, wenn ich es auch gerade so fahre. Okay, wenn ich jetzt den Gebeinskitzel mache, dann war es eine unfassbar schöne Woche, wir können auch noch jetzt reinkuchen. Wenn der Christian von Königsen kommt, können wir vielleicht nicht mehr machen, aber das, die Leute, ist schon mal ein Korridor zu starten. Das ist ein totales Highlight hier am Video. 300 mAh, der Rekord. 300 mAh, der Rekord. Das ist ein Räuber. Das ist ein Räuber.